Hey zusammen, na sagt mal, das ist doch wirklich krass, was da aktuell abgeht, das habe ich auch noch nicht erlebt. Eine weitere Erfahrung, also sitze ich jetzt hier schön zu Hause, bin immer noch ein bisschen erkältet, aber ich habe gestern viel genießt und da habe ich gelesen, das ist ein sehr gutes Zeichen, denn dann scheint es eine klassische Erkältung zu sein, die geht auch schon einen Tick zurück. So und ansonsten habe ich festgestellt, öffentlich-rechtliche Sender stellen das Kinderprogramm um, um die Betreuung sicherzustellen und ich sage da mal, dann stelle ich hier auch mal das Erwachsenenprogramm um und wir starten schon mal mit der ersten 18er Rangliste jetzt hier um 12, die habe ich gerade gespielt. Ja, muss sagen, in den letzten Tagen habe ich so ein bisschen im Delirium, also wirklich nicht mit klar im Kopf, richtig mies gespielt. Also ich habe Spiel verballert, wo ich im neunten Stich nicht abwerfe auf 59, also habe mir hinterher selbst einen Kopf gefasst, habe auch zu viel gereizt, ein bisschen zu viel getrommelt, angegriffen, einfach so aus der Lameng, war alles nicht so dülle und deswegen stehe ich jetzt auch gar nicht mehr so tipptopp da, aber gut, in der 18er Rangliste kriegt jeder einen Preis und dabei sein ist ja manchmal auch schon die halbe Miete, also immer weiter geht der Spaß und ja, logischerweise, gerade aktuell, denke ich mal, ist gerade wirklich eine ganz gute Beschäftigung. Ja, was soll ich so sagen, ich versuche euch ja sowieso immer dahin zu bringen, jetzt mit der Familie zu Hause oder eben hier online eine ganz pfiffige Geschichte. Ja, während wir hier auf Pipi warten, dass der mal seine erste Karte spielt, nachher um 17 Uhr gibt es einen Sonderpreisgeldtopf für das 17 Uhr Turnier, wer also um 17 Uhr hinten im Ergebnis eine Endziffer 17 hat, also egal ob das jetzt 1517 sind oder nur 117, der bekommt 17 Euro extra, also es sind hier ein paar interessante Zusatzmotivationen im Programm. Mal schauen, wer alles um 17 Uhr dann Lust hat, diese Chance zu ergreifen und das gleiche gilt dann glaube ich auch nochmal für das 21-30 Turnier. Könnt ihr auch auf Facebook gucken, Euroskat macht da aktuell relativ viel und die Skatinsel ist wie immer dann auch mit dabei als guter Partner. So, und hier hat inzwischen Roboroy das erste Spiel völlig problemlos mit 87 Augen gewonnen und dann schaue ich jetzt mal, dass ich hier den Fokus wieder ein bisschen auf Skat bekomme. Ach ja, und Prost natürlich. So, beim Grang, man muss ja nicht immer Asse ausspielen. Ich habe es so in der Hand, es ist eine Möglichkeit, aber vielleicht hat Pipi ja auch einen Buben und keinen Karo, habe ich mir gedacht, also ist vielleicht Karo hier sogar eine bessere Angriffskarte, wo die Buben sowieso, wo ich nur einen Buben habe, das heißt im Zweifelsfall, die Bauern 1,1 stehen. Aber das kam hier alles nicht zum Tragen. Stattdessen Kreuzzehen auch noch blank. Ja, sieht also nicht so aus, als könnten wir hier brillieren. Ne, da ist schon der Rest bei Roboroy. Roboroy, der hat einen guten Start in die Liste erwischt. Ja, das sieht doch mal aus, als könnte da was draus werden. Und beide reizen, klar, immer gefährlich, aber bei 7 Trümpfen mit 2, also mit diesem Blatt, sage ich mal, ist das Risiko noch überschaubar, soll doch einer Herz reizen, soll einer 0 reizen. Fündung war okay. Der dritte Pik dabei, damit ist es ein schönes Zweifarben-Spiel. Ja, und der Aufschlag gefällt natürlich. 14 Augen erst. Und Pik steht schönartig. Und dann kann jetzt natürlich der Zug von unten kommen. Also spielen ja viele Spieler jetzt einfach von oben, in der Hoffnung, Trumpf steht 2-2, dass sie keinen Stich mehr abgeben. Aber das ist ja Blödsinn, denn wenn Trumpf 3 zu 1 steht, können ja jetzt auch höchstens 13 Augen fallen. Und dann ist der Schneider in doppelt so vielen Fällen bzw. die Schneiderschance steigert sich damit von 40% auf 90%. Also gewaltig. So, kommt hier nicht zum Tragen. Trumpf steht zu viert. Na gut, raus sind sie schon. Und einen Stich gibt es noch. Kann ich die Karten schon zeigen. Ja, okay. Und da möchte jemand noch weiterspielen. Auch in Ordnung. Noch den letzten Stich mit einsacken. Auch wenn das natürlich nicht reicht. Aber das sei ihnen natürlich gegönnt. Ja, das ist nix. Pipi steigt ins Geschehen ein. Ja, nach meinem Blatt kann er alles gewinnen. Auch den Krang, auch wenn ich zwei Buben habe. Meine Beikarte ist ein buntes Bilder und sonstiges Kraut. 22. Okay, er geht über die Dörfer. 33. 43. 46. 57. 57. 57. Naja, irgendwas wird er gedrückt haben, ne? Stich sollte er nicht mehr kriegen. Okay. Okay. Spiel noch einmal. Karo oder Kreuz. Na gut, dann haben wir auf jeden Fall Rest. Also, wenn Pipi vier Augen gedrückt hat, dann hat er gewonnen. Aber inzwischen glaube ich das nicht. Welche sollen das gewesen sein? Nein. Er hat tatsächlich null Augen gedrückt und verliert diesen Krang. Oh, mit zwei Bauern. Ass, zehn. Ass, Ass an der Seite. Ich glaube, Karo Dame hätte er besser schon mal gedrückt. Statt, ja, die null Augen, welche immer das waren. Pipi kluschten wahrscheinlich. Und dann hätte er vielleicht, ja, das Spiel doch irgendwie ein bisschen anders aufziehen sollen. Nochmal den Buben raus und dann irgendwo ein extra Bild erschnippeln. Hat das uns ein bisschen leicht gemacht. Also 40 Punkte ohne großes Zutun einkassiert. Ja, und bei einer 20er Reizung, da kann man ja wohl mal Herz Lusche ausspielen. Das ist eine Klärungskarte. Alleinspieler sticht auch, wie vermutet. Und damit weiß Pipi schon mal Bescheid. So, jetzt können wir hier uns kurz überlegen, wie wertvoll ist der Karo Bube versus das eine Auge. Der Karo Bube kann fast nie zu irgendwas nütze sein. Er muss ja im nächsten Stich sowieso fallen. Also das Auge geschont und da kommt Kreuz zehn. Ja, und ehrlich gesagt sieht das so aus, als wäre das der Offenbarungseid, Rückschub. Ja, und damit würde ich sagen Feierabend. Das ist es gewesen. Können wir also nur den Schneider bei uns verbuchen. Karo zehn Stich war quasi noch geschenkt. Das war aber trotzdem korrekt gespielt von Roboroi. Er wollte ja gegen alle Verteilung Schneider spielen. Könnte man, könnte man, könnte man. Pik oder Herz. Ich denke 20 kann man nochmal sagen. 20 kann man nochmal sagen. Will man natürlich schon den sechsten Trumpf finden in Pik oder Herz. Mehr ist es auf keinen Fall wert. Natürlich so ein einfaches Karo Spiel möchte man auch nicht so gerne sehen. Aber das hat weniger mit Hebereizung zu tun, als noch mit den eigenen Chancen in Herz oder Pik. Also die 20, naja, grenzwertig, aber noch vertretbar. Ja, und Pipi lässt sich auch nichts anmerken. Das spielt einfach Kreuz. Okay. Sieht ja von hier alles harmlos aus. Ich werde mal jetzt nicht Herz 10 anbieten, habe ich mir gedacht. Denn Roboroi hat wahrscheinlich vielleicht auch aufgrund der Reizung lang ausgespielt. Oh, was war das? Karo zehn. Das ist natürlich erstmal ein Stück weit verdächtig. Wo ist Karo Ass? Hat Roboroi etwa Karo Ass und das ist nicht raufmarschiert? Ne, hat er nicht. Karo Ass ist gedrückt. Ne, drei Augen sind mir hier zu wenig. Ich habe im Moment noch nicht so ein klares Bild. Jetzt habe ich ein klares Bild. Pik Ass und Karo Ass sind im Keller, aber Pipi hat hier ein kleines Problem. Nämlich, dass Pik 10 nicht läuft. Und dann war es auf jeden Fall gut, dass ich die Herz 10 nicht angeboten habe. Herz kann er ja gar nicht mehr haben. Ja, und das ist ein drum schwaches Spiel. Das ist dann zu wenig. Dann haben wir zumindest hier den Rest. Ja, und das müsste für, ja, das langt ja für uns trotz 22 gedrückt. Das langt für uns. Und Eieieieiei, Pik Bube sogar auch noch bei meinem Partner. Das war ja ein richtig teures Ding. Au, Kreuz ohne Acht. Und nach meiner Karte sah das überhaupt nicht so aus. Richtig unverfänglich sah das erstmal aus. Gut, aber so ein Ding natürlich mit zwei Viererlängen in Karo und in Pik gegen eine 20er Reizung. Ja, das ist natürlich schon gewagt und das ist hier nicht gut gegangen. Pik 10 hätte wohl noch mindestens laufen müssen. Ja, und das war eben nicht der Fall. Steht Pipi also da bei minus 400. Das ist natürlich nichts. So, und jetzt kommt hier das zweite Eingepasste. Ich glaube, Pipi hat jetzt das Spielen eingestellt. Ich habe ja hier wirklich gar nichts. Was macht Roboroi? Noch ein eingepasstes. Ja, also da muss man natürlich auch so ein bisschen drin stecken. Ich habe es mir eben schon gedacht und jetzt ist es sicher Gewissheit. Drei Eingepasste am Stück. Pipi hat hier das Reizen eingestellt und das ist natürlich gefährlich. Jetzt mit schlechten Karten noch zu reizen, sollte man sich gut überlegen. Gut, das ist jetzt natürlich ein Ansatz. Aber gerade jetzt kommt auch Roboroi aus dem Gebüsch wieder und lässt mich nicht den Kreuz hier versuchen. Hat wohl ein besseres Spiel. Also jetzt wird es hier ein bisschen haarig. Gefahr ist quasi im Verzug. Mal gucken, wie ich aus dieser etwas ungewöhnlichen Liste rauskomme. Ist ja die Hälfte auch schon rum. Ein Spiel erst gemacht. Das ist noch nicht viel. Und jetzt schauen wir uns mal den Herz Hand an. Hat Roboroi natürlich wieder das Spiel ausgewählt, wo ich auch im ersten Moment die geringsten Chancen habe. Trumpf jedenfalls nur drei Stück. Karo gleich gestochen. Aha, wie soll denn das Spiel jetzt überhaupt noch gehen? Trumpfvolle sind auch beide bei Roboroi. Kreuzass hat er auch noch. War natürlich hier so ein bisschen die Hoffnung, dass mein Partner vielleicht dann in Kreuz stechen kann. Aber da fällt auch schon der Pik Bube. Das ist natürlich der letzte Trumpf bei Pipi. Ja, damit würde ich sagen, können wir in diesem Spiel wirklich nichts gewinnen. Es sei denn, Pik Ass ist noch bei meinem Partner. Aber das sieht hier nach dieser Pik Dame nicht mehr so aus. Dann werden wir wohl nur aus dem Schneider rausgerobbt kommen. Also Roboroi, der ist hier sehr gut im Geschäft. Der hat ein paar Spielanteile. hat zweimal 40 Punkte kassiert und legt weiter vor. Ja, mit einem Grang. Das ist natürlich eine gute Empfehlung. Okay, versuchen wir mal ein bisschen was über die Karte rauszukriegen. Aha, Caro König schon mal erwischt. Der war natürlich blank bei meinem Partner. Also jetzt, naja, wahrscheinlich noch ein Bube bei meinem Kumpel. Aber ob das was hilft, das sei mal dahingestellt. Das sind auch sehr viele Volle, die da schon gezogen wurden. Plus Bild, also offen gespielt schon deutlich über 50. Ja, gewinnt auch mit 65. Hat nicht nur 0 Augen gedrückt, sondern hat ein bisschen was im Keller. So, jetzt geht die Spielfreude ja doch mit mir durch. Das muss man sich jetzt hier schon überlegen, ob man damit jetzt noch 20 sagt. Ich würde mal sagen, war fast ein bisschen frivol, fast ein bisschen überzogen. Gerade so wie der Tisch hier läuft, kann also an sich froh sein, dass ich hier nicht rankomme. Gut, okay, natürlich irgendwo den sechsten Trumpf in Herz oder den fünften Trumpf in Pik oder Kreuz. Die Chance ist nicht schlecht, den zu finden, aber damit ist das Spiel ja immer noch nicht gut. Also gucken, Roboroi lässt sich hier auch die Butter nicht vom Brot nehmen. Der spielt den nächsten Grang. So, Jungs habe ich dagegen. 19. Ja, da würde ich mal sagen, muss ich mal zuschnappen und dann mein Ass anbieten. Sticht er zurück. 32. Kreuz Ass zu dritt sicher noch bei Roboroi. Immer noch 32. Ja, also ich sag mal so, wenn er noch das Pik Ass hat, dann denke ich, dass er sowieso gewinnt. Und ich will ihm jetzt hier kein Bild mehr geben. Wenn er volle gedrückt hat, dann kann das die Entscheidung sein. Also mal hier die 10 blank stellen. Kreuz Ass hat er sicher auch noch. 43, 46 offen gespielt. Und jawoll, das war eine sehr gute Idee, hier die Pik 10 blank zu stellen. Das Bild haben wir gespart. Und guckt mal an, wofür das reicht. 60 Augen. 14 im Keller hat nicht gereicht. Also Roboroi kriegt hier einen kleinen Nackenschlag verpasst, dass der nicht zu weit nach vorne weg läuft. Komm also wieder her zu uns. Und das wäre ja eigentlich ein guter Auftakt, um jetzt für mich hier ins Spiel einzugreifen. Ja, aber das Ding war mir jetzt auch wirklich noch so eine Nuance zu dünn, muss man sagen. Weil die Beikarte komplett, kompletter Scherbenhaufen ist und für den 0 nun wieder mit 3 Foulen auch nichts. Wenn es nur so ein halbes Farbschuh und ein halber 0 ist, dann kommt am Ende selten was Gutes dabei raus. Und er ist recht in der Situation, wo man dann womöglich auch hier bei 18 schnell dran ist. Wollte ich das nicht riskieren. Ja, das sieht ja schon auch nicht so gut aus. Alles klar. 6 Trumpf. Caro in Schnitt gegangen. Natürlich erstmal jetzt meine Blanke rauszwitschern. Eine kleine Chance für meine Trumpfdame. Ja, da ist sie auch so. Und jetzt müsste noch ein Caro fehl bei Roboroy sein. Ist das die 10 etwa? Ne. Ist das Caro Ass? Gut. Dann war es hier ein bisschen erstaunlich, dass Pipi jetzt nicht die Caro 10 gespielt hat. Ich hätte natürlich auch gestochen, aber ich kann ja mit meinem Eintrumpf nicht Caro und Pik Ass abstechen. Also mehr war nicht zu holen. Wir haben wieder unsere Pflicht erfüllt und sind aus dem Schneider rausgekrochen. Die Liste, die halbe Liste nähert sich dem Ende. Und es sieht bisher nicht so rosig aus hier für mich. Für Pipi natürlich erst recht nicht. Aber auch bei mir kommt nicht viel an. Roboroy freut sich über viele Spielanteile. Ja, und da ist es wieder ein 7-Trümpfer mit Caro Ass. Also nur noch zwei unbekannte Karten. Ich denke mal, er hat nicht Caro König Lusch dabei. Dann hätte er geschnippelt. Das hätte ich jedenfalls gemacht. Vor allen Dingen hat er auch überhaupt nicht überlegt. Das Caro Ass kam blitzschnell. Da kann man auch immer drauf achten. Also wenn, dann hat er nur einen Caro. Ja, alles klar. Dann hat er noch eine andere fehl. Die leuchten wir gleich aus. Alles klar. Pik 10 sogar auch noch gedrückt. Aber wir haben 32 und nur noch Trumpf bei dem lieben Robo. Das Spiel war natürlich auch leicht zu spielen, sage ich mal. 7-Trumpf, Seiten Ass, beide Trumpf vollen und noch ein Ass im Keller. Okay. So. 3 Ass in der 10. Und trotz alledem sogar ein Ansatz für 0. Sind mir 18 wert, aber mehr auch nicht. Man muss manchmal Geduld haben. Übrigens eine Weisheit, die auf uns alle wahrscheinlich in den nächsten Tagen, Wochen noch so richtig zukommt. Und beim Skat kann man sich an der Geduld schon mal üben. Ja, das ist natürlich gleich wieder ein Nackenschlag. Da kommt so ein Ding mit Vieren raus. Das heißt gleich wieder alle Trumpf vollen abgeben. So. Hier ist auch klar. Karo 10 König mindestens. Vielleicht sogar 10 König 8. Also Klärungskarte Herz 10, damit mein Partner Bescheid weiß. Gut. Kann er jetzt wimmeln. Ja. Und wo ist jetzt Pik Ass oder Pik 10? Ich meine eine Fehl ist noch da. Wenn wir Pik Ass bei uns haben, kommen wir noch raus. Ne. Hat aber Roboroi. Dann hätte Pepi natürlich besser mal auf Karolusche die Pik 10 gelegt. Aber gut. Der Mann ist wahrscheinlich auch ein bisschen durch. Ich glaube hier nur noch, dass die Liste zu Ende geht. Und dann lässt die Konzentration natürlich auch nach. So. 4 Zehner. Von blank bis bestellt. 4 Zehner, 4 Luschen und 2 dusselige Buben. Ist natürlich auch mal wieder gar nichts. Ja. Das Spiel wollte auch keiner haben. Ok. Roboroi hat sich ja von dem verlorenen Grang überhaupt nicht aus der Ruhe bringen lassen. Der hat einfach danach wieder ein Headtrick hinterher gelegt. Steht also fast auf 700. Schönes Ding. Ja. Und das könnte doch nochmal hier ein Spiel sein. Das könnte. Das könnte. Ja. Und da habe ich es. So. gut. Das sollte gehen. Im ersten Moment sieht es ja aus wie der siebte Trumpf. Aber im zweiten Moment sieht es aus wie die ideale Verstärkungskarte zum 0 wäre. In Vorhand natürlich nur, wo die Pik 8 ausgespielt werden kann. Denn ansonsten mit 2 Pik im Keller macht man das auch nicht so gerne. Wenn jetzt die Pik nicht zu 5 sitzt, gewinne ich natürlich. Gut. Und damit immerhin das 2 zu 0 kurz vor der Schlusssirene. 302. Ja. Das ist noch nicht dolle. Vielleicht kommt ja noch ein kleines Spiel, um die Geschichte hinten raus etwas abzurunden. So. Und jetzt ist Roboroi nochmal ins Gebiet gegangen. Die Zeit bei ihm läuft. Das seht ihr oben. Wer hat noch nicht starten gedrückt? Das ist Roboroi. Ja. Der hat wohl gerade irgendwas für uns anzumerken. Was will er denn? Oder ist er einfach nur raus gelaufen? Auf dem Balkon. Kann natürlich auch sein. Aber das eine Spiel würde er doch wohl noch durchhalten. Heute mal einige Spiele nach der Durststrecke. Na siehst du Roboroi. So ist es. Da kriegst du von mir gleich noch ein Smiley hinterher. Das ist doch wohl wohl verdient. So eine Durststrecke. Die haben wir alle schon gehabt. Beim Skat erst recht. Und jetzt auch im echten Leben. Das wird noch eine schöne Durststrecke. Aber da sehen wir es bei Roboroi. Nach einer Durststrecke kommt irgendwann auch wieder etwas Sonne raus. Und dann geht es irgendwann weiter. Und letztes Spiel. Das sind doch nochmal 18 hier von mir. Oder? Fünf volle sehe ich. Ist natürlich ein bisschen gewagt. Aber ein bisschen Spaß muss ja auch sein. Ich kriege es für 18. Ich kriege es für 18. Ich kriege es für 18. Jetzt mal. Kreuz Ass Karo Ass. Oder. Kreuz Bube, Pik Bube. Oder irgendeine Kombination. Naja. Fast. 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 Jetzt ist das Ding ja tatsächlich ähnlich wie eben. Das beste Spiel ist plötzlich 0. Gut. Und der ist gar nicht so schlecht. Karo 8 und 10. Also wenn die Karte etwas glatt verteilt ist. Gleichmäßig verteilt ist. Dann kann der schon leicht nach Hause gehen. So. Und das ist aber nicht so schön. Hoffe natürlich, dass dann hinten jetzt vielleicht Kreuz abgeworfen wird. Oder Herz. Aber direkt Pik 3 zu 1 und Abwurf Karo. Sieht ein bisschen dusselig aus. So. Und die Karo 7. Die kommt vielleicht ein Stück zu früh. Oder? Einer müsste doch da hinten noch sein. Jetzt ist ja fast die Frage rauf mit der 10. Wenn hinten irgendwie noch so Bube oder Dame blank ist. Ne. Wir haben ja sonst immer noch die Chance auch, dass wir auf Herz nochmal wieder abschmeißen können. Ne. 4 mal Karo auch noch bei Pepe. Ja. Die Karte saß ja richtig nett. Direkt einen hinterher. 46 plus. Und dann wieder 46 minus. Da hätte ich mir also auch schenken können. Höre ich auf mit 206 Punkten. Ein sehr bescheidenes Ergebnis. War aber dabei mit der Freude von Roboroy. Das entschädigt für einiges. Pepe sicher noch härter bedient als ich. Ja. So ist es eben beim Skat. Ich freue mich natürlich auch solche Listen zu zeigen. Ich möchte ja nicht nur die Gutwetter Listen zeigen. Gerade in der jetzigen Zeit. Vielleicht kommt da so ein bisschen Freude auf. Wenn man sieht, dass es ja hier allen schlecht geht, dass wir alle im gleichen Boot sitzen. Alles klar. Dann muss ich mal gucken, ob die Tage ein bisschen mehr Skat von mir kommt. Gute Chance ist da, würde ich sagen. Passt auf euch auf. Bleibt gesund und bis bald. Bei bis bald. Bei bis bald. Das ist ein wenig. Gleiches. Das ist alles klar. Das ist alles klar. Wie wenn es nicht das. Tjaun. Det war die楽cia. Ich gehe alle.